Ich bin jetzt ca. 20 Jahre heroben. Mein Mann ist schon bald 56 Jahre alt. Aber ich bin immer wieder mein Opfer aushelfen. Das habe ich gerne tun und dabei gewesen. Die Viecher ist halt mein Alles. Mit der Natur, da lebe ich halt, bewundere ich die Natur, weil es so schön ist als gewaltig. Das ist mein Urlaub, oder unser Urlaub da herum. Früher gefreut mich ins Opfer, wenn wir in den Alben gehen. Und im Herbst gehst du gerne alle. Wir mit den Viechern. Das Wichtigste ist das Zusammenhelfen. Da geht ein Familienbetrieb. Ein Familienbetrieb ist auch das Beste. Es ist egal, was du hast. Egal ob es Landwirtschaft oder die Gastwirtschaft, es ist egal was. Hoffentlich. Und die Jungen schon wieder, wenn man Zwerger und Lepper ist Vieh. Man kann nicht weignen an Vieh. Man weiß ein bissel, wie sie runterhoben. Dass man da ein bissel weiterkommt. Der Film hat ihn nämlich seit Herbst ein und in das Zeug. Ich bin also in der Zeit.